So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. So, ich habe gerade ein bisschen weniger Munition, weil ich das eben wieder spielen musste, weil es hier irgendwie nicht gespeichert gehabt hat und das habe ich irgendwie nicht bemerkt. Naja, was haben wir denn hier alles? Erstmal wieder was zum Hacken. Okay, so, und... Und E, genau, so. Ach, fuhr, so, jetzt. Okay, und nach oben und nach links, äh, rechts. Hallo. Äh, achso, geht doch. Und runter, so. Sehr gut. Was haben wir eigentlich hier? Scheint nicht zu funktionieren, okay. Ja, öffnen. So, gut. Eine Bank, okay. Konische Streuung. Und... Brauchen wir nicht. So. Ziene. Na dann. Diese Schlüsselkarte, die ich gefunden habe, scheint zum Kommandoturm der Terranoma zu gehören. Buckles Nachforschungen im SCARF Ladungsverzeichnis, äh, ja, Ladungsverzeichnis haben ergeben, dass dort nützliche Waffen und Munitionen gelagert sein müssten. Ich sollte mich da mal umsehen, wenn ich die Gelegenheit habe. Und das werden wir auch direkt mal machen. So, hier gibt es noch was ich kaputt mache. Sehr schön. Na dann. Ich seh dich. Schätze, du hast clever genug ist, durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. What the fuck? Okay. Diese Nachricht von Edwards, ich muss davon ausgehen, dass, dass es Aufzeichnungen sind. Aber was, wenn nicht, könnte nach all den Jahren wirklich jemand in diesem Schiff überlebt haben. Wer dieser Edwards auch ist, er scheint etwas zu verbergen. Sieht so aus. Okay. Über diese, ähm, Taurenköpfe. Oh, crap! Oh, 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 oh. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, 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 oh. Alter, das kam mir mal so aus, wo unerwartet. Und warum verschwinden die Körper? Äh, what the fuck? Was ist jetzt los? Na gut. Holy crap. All die infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier eine Armee wie das Gegenteil behauptet. Vorsicht, ähm, Trespassers hier, also, na, äh, mir fällt nicht das exakte Wort ein, aber, ähm, Eindringlinge werden in Stücke gerissen, oder so. Gut, Eindringlinge heißt jetzt, also, Trespassers heißt jetzt eigentlich unbefugte Person, aber es ist ja im Prinzip dasselbe. Okay. Erstmal hier hin. Na komm. Wofür waren diese Dinger dann nochmal gut? Ich habe keine Ahnung. Die hier. Ich weiß nicht mehr, für was die gut waren. Ich glaube... Okay, falls da Necromos durchkommen, ist klar. Werde ich also nicht mehr kaputt machen. Oh shit. Oh crap. Oh damn it, woher kommst du denn? Oh crap. Oh, woher kommen die alle? Ich sehe hier, was von der Quarantäne-Apriegelung. Alles okay bei Ihnen? Ich bin eingesperrt. An einer, der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay, ich sehe mich da nach oben, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Okay. Nur du und du. Ach nee, das bist ja du. Okay. Und da ist nur nochmal einer. Und zwar da oben irgendwo. Da, genau. Und nochmal einer. Fuck it, wie viel denn? Alter, wie viel von euch sind denn hier? Damn it. Ach genau, das waren diese Starz-Teile. Okay, jetzt will ich erstmal ein bisschen Munizur von euch haben. Alter, wie viel denn noch? Lecker. Und diese Kack-Teile, die mich ankotzen. Okay. Ja dann, fuck it. Da war ich denn jetzt lieber auf in der Hand. Apu, ich treff gar nichts. Ich sehe hier was von der Quarantäne-Apriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Bin eingesperrt. An einer, der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay, ich sehe mich da nach oben. Okay, und stopp. So, okay. Das wäre schon mal geklärt. Da kommen hier oben noch tausend Gegner. Oh! Warum sind wir so schnell? Dein Motherfucker. Und du da oben auch? Wo auch immer du gerade bist? Da. So, geht doch. Jetzt lass mal gut sein. Sehr ultra-krank hier. Ich meine, wie viel Munition soll ich denn bitte haben, dass ich gegen all die hier gewinnen kann? Achtung! Kontamination registriert. Quarantäne-Apriegelung aktiviert. So, hacken. Alles klar. So. Nein, nein, nein. Da. So. Und hier. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Ja, endlich, ey. Ihrem vorgesetzten Offizier. Aber mit Sicherheit. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut. Holy crap. Fick dich doch. Das war ja klar, dass das nicht der Einzige wäre, äh, ist. So. Oh crap. Also diesmal macht es das Spiel insofern richtig, dass es einfach Gegner spawnt, wenn man denkt, es kommen keine mehr. Das gefällt mir. So. Dann durch da. Wir haben ja noch ausreichend Munition. Ernsthaft? Irgendwie ist das ja so ein bisschen unnötig. Na. Bitch please. Oh crap. Ja, ist klar, Alter. Die Teile sind ja richtig sinnvoll für die kleinen. Die hier, die können ja einfach nur durchkrabbeln. Für die Große ist das schon besser. Die sterben dann nächstes dran. Äh, okay, wo ist das jetzt? Na komm. Ja, soviel dazu, dass die daran sterben. Dann scheißt du die daran. Ach da, okay. Okay, so. Jetzt haben wir hier alles. Äh, wie viel Medipacks haben wir denn noch? Ach du Scheiße. Ich dachte, wir hätten mehr. Aber wir haben gerade ordentlich viel Munition. Das ist gut. Ja. Genau das wollte ich nicht. Okay, dann mal runter damit. Kuhman. Verbleibend, okay. Ach Juhman. Das sieht echt aus wie ein K. Menschen verbleibend. Was behalten sie? Refrigerated. Ich weiß nicht mehr, was Refrigerated heißt. Oh crap. Oh. Oh. Natürlich. Stimmt. Ah fuck. So, okay. Alles klar. Noch. Noch sieht's gut für uns aus. Ah toll. Würden die Körper jetzt sich unter dem Lastenaufzug liegen, dann ähm. Hätte ich noch eine Chance an irgendwas ranzukommen. Aber nein, das tun sie ja. Das war nicht mein. Ah, liegen... Moment, liegen jetzt die Körper darunter oder wurden die einfach aus der Map rausgeworfen? Na, na, egal. Was haben wir denn da? Hallo? Ernsthaft? Geht doch. Don't say I didn't warn you. Ja. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Was ist das denn? Irgendwie so eine Spraydose. Oh crap. Boah, Alter. Sag, lass uns natürlich nicht auf Crap. Fällt ne nebenher mal so auf. Okay. Ja, einfach weiter. Viele Biele gibt's hier gerade gar nicht. Oh, warum sind die... Boah, Alter. Ich hab's auch erst gewusst, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Nur zu. Steig in den Gravitationsfluss. Oder hast du Schiss? Hat man zu einer Art Gravitationswelt zurecht gebastelt? Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig kurzgeschlagen. Dann muss er die Regie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Ja. Na gut. Und zwar da lang. Bank. Können wir direkt mal benutzen. Komische Streuung. Äh, konische, nämlich komische. Kompaktes, gerichtetes Exonsfeld. So, neue Platine. Wunderbar. Das können wir gleich da machen. Aber wir haben eh keinen, ähm, ja, Platz mehr. Also, darauf geschissen. Ja, ist klar. Na gut. Oh. Ich hatte jetzt irgendwas erwartet. Von wegen, gleich explodiert alles uns. Das ist drei Exitum aus, Exitum aus, drei, Nickum aus, springt raus. Wow. Ja, fall einfach um, warum nicht? Okay, okay, okay Ist das du? Sehr schön Ähm, wo ist das heil? Das ist da Sehr gut Dann du Nein, das wollte ich... Verdammt So Hm, anders auch immer Einer von denen gerade gestorben ist Ist irgendwie nur ausgerutscht Und dann hat er sich wahrscheinlich das Knick gebrochen Ist ja klar So, aktivieren Äh, das ist keine Torchstangen In deinem Militar Okay Wahrscheinlich habe ich das gerade komplett falsch ausgesprochen Hä Also so langsam kommt es ja mehr oder weniger ahnen, dass die Gegner down von hinten kommen Oh, ich sehe jetzt schon wieder ziemlich viel Gegner in coming Hier gibt es eindeutig viel zu viel von denen hier Und von denen hier Oh, damn it Das kann ja was werden Okay, wir müssen jetzt... Ach, wieder nach oben Ah, gar nicht gesehen Verdammt, es war doch so klar Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen Tut mir leid Aber ich will nicht sterben Bring it on, baby Bring it on Sprengstoff scharf machen Und Zillen Der war doch gar nichts Achtung Kontamination Hallo Danke Huuuuh, damn it Also mit den One-Shots hab ich langsam drauf Also mit den Headshots Ja, langsam Was war das denn? Dieses... Au Puh Oh nö, ey So Warum... Oh, ich wollte gerade sagen Warum wurde der bitte nicht getroffen? Ich hab auf den gezielt Okay, bestanden Was ist das für schulige Musik im Hintergrund? Wo ist das Zeit zum Hacken? Oh Na, wunderbar Okay Okay, und hier noch Ne, Quatsch, das muss hier so Und So Oh, fuck In der Mitte Ja, sehr gut Ähm Das passt So Achtung Kontamination Ist rückung akzeptiert Regelung aktiviert Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier Ja, redet einfach ineinander So Na dann Luft da Was ist das Schae-